Ich glaube, ich weiß was. Wir hatten ja gerade vier Männer dort stehen sehen. Und wie viele Puppen hängen hier? Eine. Wie viele Puppen müssen dann wohl hier hängen? So, dann gehen wir mal alles ab, um die vier Männer zu finden. Jupp, da ist Blut. Wir haben den Koto. Aber ich muss dem Blut folgen. Ich hätte ihn fotografieren können, glaube ich. Jupp, da ist etwas. Sacrifice Pillars. Können wir uns angucken. Sehr schön. Wären wir da noch auf ihn angegriffen? Das ist Kyoka, die mit dem Koto da rumspielt. Hier oben müsste sie ja hocken. Wir sehen nichts. Bestimmt werden wir jetzt gleich angegriffen, wenn wir hier reinkommen. Da ist sie. Hi. Das wusste ich nicht. Ich wusste, dass sie angreifen wird, aber ich wusste nicht, dass sie genau vor mir steht. Kyoka? Ich kann da nichts für. Ich bin dann nochmal weg. Ja? Ach, du bist hier. Komm, mach die Tür einfach auf und geh. Wir müssen sowieso zum Projektor. Tschüss. Ich bin sowieso nicht in deiner... Deine... Was war das denn? Ach, das sind Haare. Stimmt, die kann ich ja mit Haaren schmeißen. Ich bin sowieso nicht in deinem Beuteschema. Das Wort fehlte mir. Beuteschema. Ja, sofort. Das heißt, wir folgen ihm gleich, aber erstmal gucken wir uns das Video an, bevor ich es vergesse. Ach, Quatsch. Waren das die Orte, wo ich hin muss? Gut, dass ich nicht alle Orte erkannt habe, übrigens. Aber vielleicht öffnen sich ja uns neue Wege. Ja, da ist Blut. Das siehst du richtig. Die Tür ist fest verschlossen und es fühlt sich, als würde jemand dagegen drücken von der anderen Seite. Blutspritzer sind über auf dem Boden bis unter die Tür. Ja, ich muss da oben hin. Okay. Okay. Kioka, willkommen wieder. Lässt du uns diesmal in Ruhe? Oh, wenn ich nicht gegen die Ecke laufe. Oh, wenn ich nicht gegen die Ecke laufe. Jetzt lässt sie uns in Ruhe, weil wir weg sind. Das ist nur die Musik. Lässt du uns das Programmierer. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ich vermutet habe. Lass mir ein Rohr. Lass mich eben auf die Plattform kommen. Ups! Fuck. Ja, das ist es. Wird wohl so sein. Scheiße, zu früh. Hi! Na komm her, Kleines. Ah, guck mal, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Eigentlich wollte ich noch den Film gewechselt haben. So, habe ich erst erledigt. Ich brauche dringend 14er-Film. Na komm, wo bist du, Kleines? Wenn du aus der Wand aufstorst, bist du gemein. Da bist du. Na komm. Das war nix. Danke, dass du dich wiederholt hast. Ich habe dich beim ersten Mal nämlich nicht verstanden. So, was? Sleeping Stone 2. Das ist dann für hier wahrscheinlich. Right? So, sonst weiß ich nicht, wo ich Sleeping Stones brauchte. Doch, ich brauche noch irgendwo, aber da brauche ich mehr als einen. So, und dann muss ich sie wieder alle auf einen Nenner bringen. Right? Ich setze mich nur eben um. Nein. Den kann ich gerade nicht bewegen. Ich habe irgendwo Mist gebaut. Okay. Wir bewegen den mal nochmal. Okay, der muss da hin. Du kommst dann wahrscheinlich zuletzt. Nein. Ach, nein. Nein. Was ist, wenn wir dich? Bringt nix. Okay. Dich können wir da nicht rübersetzen. Ah. Muss ich nochmal von vorne anfangen? Okay. Dich da oben rücken wir mal nicht weg erst mal. Was machen wir denn am besten? Wir rücken dich. Mal da hin. So, könnte ein Schuh draus werden. So, jetzt haben wir es. Ich bin übrigens nicht gespoilert, was diese Rätsel angeht. Rätsel vergesse ich im Nu immer wieder. Wo bin ich? Irgendetwas reflektiert Licht. Commandment. Wir hatten es letztes Mal übersetzt, was es heißt, aber ich habe es vergessen. Gebot. Aha. Okay. Sonst ist hier nix? Außer die Leiter. Achso, außer dem Guckloch. Entschuldigung. Nicht genug Blut. Who are you? Ist da noch jemand? Oder bist du alleine? Du scheinst alleine zu sein. Ach, du bist Dings, richtig? Bist du Dings? Deinen Namen haben wir noch nicht gelesen. Oder den Nachnamen? Bist du Dings? Irgendwann lerne ich es. Der Zeremonie-Raum. Und wofür sollte man bei dem Gericht zusehen? Nein, nicht bei dem Gericht. Bei dem... Alter, schaust du. Habe ich den falschen Film noch drin? Nein. Bei dem Ritual. Bei der Opferung. Wie auch immer. Wofür das Ganze? Darf da überhaupt jemand zusehen? Ist eine gute und berechtigte Frage. Mal gucken, wann es noch mehr wird. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Kann ich auch fallen? Das wusste ich nicht. So. Kommt Kyoka jetzt wieder? Die nette Dame. Was? Another was? Ich musste dir aber jetzt nicht entgegenkommen und gegen dich kämpfen, oder? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass der Kampf mit dir sehr schwer war und eigentlich jetzt noch gar nicht kommen dürfte. Richtig? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. In den Raum, der gerade versperrt war? Ich weiß es echt nicht. Hi. Scheiße. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank. Du bist allein... Nein, du bist nicht alleine. Das hast du hier erledigt. Kriege ich euch zusammen aufs Foto? Nein. Ja, komm, greif an. Ich habe abgedrückt. Ich habe abgedrückt. Warum machst du denn nix? Dein Kumpel ist ein Stückchen näher. Kriege ich euch beide aufs Bild? Ah, scheiße. Bist du tot? Nein, du bist nicht tot. Schön wär's. Das war's mit ihm. Und das war er. Dankeschön. Jetzt ist es wenigstens nur noch einer. Dein Freund kann sich nicht zurückspawnen, richtig? Toll, nur noch ein Bild. Naja, egal. Das ist besser als gar nix. Ich habe voll... Film verschwendet. Das tut mir leid. So, ist das jetzt denn wenigstens offen hier? Ja. Anscheinend kann ich durch. Irgendetwas ist verschwunden. Wahrscheinlich das Gewicht. Gegen die Tür. Ding. 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 Ja. Ja. Hi. So, jetzt wechseln wir mal eben den Film. Du hast ja keinen Freund bei dir, richtig? Du bist ganz allein, richtig? Ding. 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 Da ist die Puppe. So, wir haben jetzt. Ein altes Buch ist dorthin gefallen, wo der Geist eben noch war. Moria Toe. Ein Band. Eins. Die besten Schreinstischler haben sich getroffen, um den Kussusschrein zu versiegeln und im tiefsten des großen Karben graben, sodass nicht ein klein wenig Licht auch nur hineinkann in diese Dunkelheit. Da muss ein Schrein errichtet werden, vor dem großen Graben. Dabei werden Geisterbäume als Stütze der Säulen benutzt und mit Opferungssäulen arrangiert, sodass die Dunkelheit gereinigt ist und das Riff nicht in die Außenwelt treten kann. Was? Haben wir was für die Kamera Obscure gefunden? Flash. Flash. Was macht Flash? Kann nur Ray benutzen. Okay. Ja. Kann ja nur viermal benutzen anscheinend. Okay. Können wir dann die Kamera aufbessern? Haben wir schon genug. Ach ja, mit 36.000 könnte man was machen. Wie siehst du mit unseren... Nein. Nein. Das wollte ich machen. Und das. Nein. Das wollte ich machen. Dann haben wir nämlich die obersten Basics schon mal alle auf zwei. Und unten, das können wir noch laden. Aber erstmal müssen wir jetzt wieder sammeln. Ja. Es tickt. Nicht mehr richtig. Ha. Ha. Was? So ist die Klappe wieder offen? Ja. Die Klappe ist wieder offen. So. Hat er denn hier irgendetwas für uns liegen lassen? Die Sorge sei es für eine lange To... Toad... Time. Zeit. So. Nicht mehr benutzt worden. Ähm. Wir gucken uns hier um und gucken mal. Das sind ja alles vier Räume gewesen, die auch, ähm... Kay und... Miko... Besucht haben. Ob wir für Ray hier auch noch was finden. Nichts drinnen. Nichts drinnen. Nichts drinnen, wie es scheint. Nichtmals von Interesse. Und nichts drinnen. Gut. Dann gucken wir uns hier weiter. Bevor wir durch die Tür hier gerade ausgehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.